Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr mit einem Handy und einem OPD Dongle die Hochvoltbatterie eines Fahrzeugs prüfen könnt. Bevor es aber mit der Messung losgeht, möchte ich euch ein paar Eckdaten geben. Es handelt sich hier um einen Toyota Prius Erstzulassung 2012, der als Plug-in-Hybrid gebaut worden ist. Und zu Beginn des Tests hatte ich 3,6 km elektrischer Reichweite in meinem Akku. Im Sommer lässt sich der Akku auf 29,5 km aufladen und im Winter auf ungefähr 3 bis 24 km. Unter anderem müssen wir den Kilometerstand des Fahrzeugs berücksichtigen und er beträgt 255.674 km. Für den Prius Plug-in-Hybrid wird eine maximale Reichweite von 23 km rein elektrisch vorgegeben. Es gibt noch zusätzliche Bedingungen, die ihr erfüllen müsst, aber das wird euch die App sonst auch noch sagen. Aber fahrt das Auto warm und besonders die Restlaufstrecke elektrisch. Die sollte nämlich hier oben nichts mehr anzeigen, denn sonst habt ihr die Prüfbedingungen für den ganzen Ablauf nicht erfüllt und müsst das Fahrzeug erstmal leer fahren. Die Außentemperatur wäre als meine Empfehlung mindestens irgendwo im zweistelligen Bereich. Ihr wisst ja, die Akkus mögen die Kälte nicht so. Also wenn ihr euch zwischen 10 und 20 Grad Außentemperatur irgendwo befindet, ist das das optimale Wohlbefinden des Akkus. Kommen wir jetzt zum Equipment. Hier seht ihr den Dongle, den ich gekauft habe. Den kann man bei Amazon erwerben, also für ein kleines Geld. Und ich würde euch empfehlen, falls ihr einen holt und mit diesem Programm das Ganze startet, dann holt euch auch diesen Dongle. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, mit denen das funktioniert, aber mit diesem funktioniert das definitiv. Und das habe ich auch geprüft. Und den kann ich euch auch ans Herz legen. Denn dieser Dongle kann nicht nur die Ist-Werte auslesen, sondern er kann auch noch OBD, Fehlerspeicher auslesen und so weiter. Aber kommen wir mal zum Thema zurück. Die nächste Bedingung, die ihr erfüllen müsst, ist die Belastung der Batterie. Das müsst ihr später in einem Manometer regeln. Und zwar ihr müsst in einem grünen Bereich bleiben. Das zeige ich euch später. Und aus meiner Erfahrung funktioniert das am besten, indem ihr die Klimaanlage einschaltet und die Gebläsestufe quasi hoch oder runter fahrt, um in diesem grünen Bereich als Belastung zu bleiben. Ihr schaltet die Klima ein, stellt, ganz wichtig, die Temperatur später. Hier seht ihr, meine Akkubedingungen sind noch nicht erfüllt, aber das wird sich gleich ergeben. Und stellt die Temperatur auf ganz kalt ein. Der Hintergrund ist folgender. In diesem Prüfverfahren muss die Batterie einen bestimmten Mindestladestatus erreichen. Und sobald der Motor anspringt, weil das Kühlmittel zu kalt ist, aufgrund der Temperatur, die ihr eingestellt habt, wird das Ganze abgebrochen. Und das ist nämlich nicht wünschenswert. Deswegen achtet drauf, stellt die Temperatur auf ganz kalt, lasst die Gebläsestufe laufen. So, jetzt haben wir die Bedingung erreicht und können in diesen Prüfmodus gehen. Wir schalten die Klimaanlage aus, sodass wir nämlich keinen Stromabgang mehr haben und stecken diesen OBD-Dongle unten in die OBD-Dose ein. Ihr werdet sehen, sobald ihr diesen Dongle einsteckt, gibt er dann ein paar Leuchtzeichen, dass er funktioniert, beziehungsweise aktiv ist. Und wir können dann beruhigt in diese App wechseln und dann zeige ich euch, was ihr genau zu machen habt. Hier seht ihr die Bildschirmaufzeichnung meines Handys und die Dr. Prius App. Da gibt es unter anderem andere. Hier drückt er einfach auf Zulassen, damit er sich mit Bluetooth verbinden kann. Er aktiviert das Ganze und oben in dem Feld auf Verbinden. Da klickt ihr drauf und seht, der heißt OBD-2. Klickt da drauf, damit ihr die Verbindung herstellen könnt. Jetzt hat er sich auch verbunden. Man sieht unten die Fahrgestellnummer, die habe ich etwas zensiert. Und die grünen Balken. Das heißt, wir sind im richtigen Fahrzeug und die grünen Balken ist die Balancierung der einzelnen Zellen, beziehungsweise Blöcke. Immer weiter. Und zwar oben links seht ihr die drei Striche. Da klickt ihr drauf. Dann sind die verschiedenen Untermenüs. Ihr könnt auch einfach mal durchzappen und probieren, was es da so gibt. In der Historie gibt es natürlich nichts. Und für uns interessant ist natürlich die... Ganz oben findet ihr wieder den Monitor. Dann könnt ihr in das Hauptmini wieder zurückkehren. Aber das ist nicht ganz wichtig, denn wir brauchen jetzt den Punkt 3. Und das ist nämlich der Gesundheitszustand der Batterie. Da klickt er jetzt drauf. Im Schritt 1 wird uns angezeigt, wie voll der Akku ist und er sollte aufgeladen werden. Das heißt, ihr müsst hingehen, die Bremse betätigen. Das Fahrzeug in D stellen und Vollgas geben, damit der Motor die Batterie auf einen bestimmten Mindestladestand bringen kann. In dem unteren Feld seht ihr ein paar interessante Informationen. Der Stromverbrauch und unter anderem das SOC. Das SOC ist State of Charge, das heißt der aktuelle Ladezustand der Batterie. Mit diesem Test ermittelt ihr aber das SOH, State of Health, das heißt der Gesundheitszustand der Batterie. Der Ladezustand für die Prüfung befindet sich momentan bei 63%. Das Programm zeigt uns jetzt an, dass wir nochmal Vollgas geben sollen, weil die Batterie nicht richtig geladen wird. Das hört man auch akustisch, dass da die Motordrehzahl runter geht. Einfach nochmal vom Gas gehen, nochmal Vollgas geben und die Ladung der Batterie geht weiter fort. Der zweite Teil besteht aus der Belastung der Batterie. Ihr könnt das so wie in diesem Text beschrieben mit Rückwärtsgang einlegen, Licht einschalten, irgendwelche Verbraucher. Ich mache das folgendermaßen. Ich gehe hin, schalte das Licht ein, schalte die Klimaanlage ein und regle diese Anzeige über meine Gebläsestufe, indem ich mehr oder weniger das Gebläse einschalte. Und jetzt heißt es nur noch abwarten. Ihr könnt die Spannung und unten den Ladezustand der Batterie beobachten, denn über 1100 Sekunden spulen wir mal vor und ihr beobachtet das Ganze. Sobald die Batterie den Ladezustand von 18% erreicht, wird der Motor anspringen und das Messergebnis ist beendet. Das heißt, umso länger eure Batterie das durchhält, umso besser ist sie vom Zustand. Und bei einer Restlaufzeit von 25 Sekunden sprang der Motor an und da haben wir das Ergebnis. Für ein Fahrzeug, das 12 Jahre alt ist, 255.000 Kilometer hat, ist der Batteriezustand beachtlich gut. Mit 93,13% kann man wirklich nicht meckern. Und wie ihr gesehen habt, kann man mit dieser App und dem Equipment eine Fahrzeugbatterie auf Herz und Nieren prüfen und beurteilen, ob die Batterie noch gut oder noch schlecht ist. Ich bedanke mich für das Video, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, ihr habt etwas dazugelernt und bis zum nächsten Mal.